Tesla kündigt die Revolution der Mobilität an. Was bitte? Ja, tatsächlich könnte es sein, dass schon in vier Monaten Teslas komplett selbst fahren. Man muss also nicht mehr selber lenken und gar nichts mehr machen. Ja, von wegen. Klar, die können ja viel ankündigen, wenn der Tag lang ist. Elon Musk hat sowieso schon viel angekündigt. Aber ich zeige euch jetzt wirklich mal viele konkrete Beispiele. Also wirklich Praxisbeispiele aus den Autos heraus. Und gebe euch noch viele Infos, die zeigen, dass das tatsächlich passieren kann. Hiermit ging alles los. Und zwar kündigt Elon Musk, das ist ja der Chef von Tesla, auf X seiner neuen Plattform, also ehemals Twitter an. Tesla Robotaxi and Wheel on 8.8. Also 8.8 steht praktisch für den 8. August. Und das ist natürlich schon ein Kracher. Es sind wenige Worte, nur zwei Zahlen, die aber meiner Meinung nach die Welt verändern werden. Denn, also ich übersetze es nochmal für alle, das Robotaxi wird präsentiert am 8. August. Was ist denn eigentlich ein Robotaxi? Was bedeutet das eigentlich? Und wieso ist das jetzt eine Revolution? So, viel wichtiger ist aber, bevor wir da reingehen. Wir reden auch gleich über Preise. Wir reden darum, was ich nochmal darüber denke als Fazit. Und was vielleicht auch Bedenken sind der ganzen Technologie. Aber, bevor wir da reingehen, weil ich finde es ganz wichtig, es wurde ja schon so viel über das Thema autonomes Fahren, selbstfahrende Autos geredet. Über Jahre, Jahrzehnte. Es ist der große Traum, man setzt sich in ein Auto. Und es fährt einfach los, bringt einen dorthin, wo man hin will. Und da steigt man wieder aus. Es sucht sich noch selber einen Parkplatz etc. Ja, alles schöne Träume. Und deswegen möchte ich mit euch jetzt einfach mal, bevor wir in die weiteren Punkte gehen, sozusagen mal direkt in die Realität, in die aktuelle Realität mitnehmen. Denn gibt es das vielleicht sogar schon jetzt, schon heute, in diesem Moment, wenn ihr dieses Video schaut. Und ich gehe so weit und ich weiß, ich bin von der Einstellung so sehr progressiv. Ich freue mich auf die Zukunft. Ich wünsche mir natürlich auch, dass die Dinge früh kommen. Deswegen könnt ihr das natürlich auch alles kritisieren. Aber ich finde, wenn man jetzt mal konkrete Beispiele zeigt. Und wir gehen jetzt, ich habe ein ganzes Video zusammengeschnitten. Auch liebe Grüße an den amerikanischen YouTube-Kollegen Farsat, den wir auch nochmal verlinken. Der hat auch da einiges zusammengeschnitten. Und zeige euch mal konkrete Beispiele der aktuellen Software von Tesla. Die heißt FSD, Full Self Driving. Die war bisher in den ganzen vielen Jahren immer in der Beta-Version. Das Geniale ist aber mit der neuesten Version 12.3.3. Das klingt jetzt total verrückt. Ja, was labert er mich hier mit 12.3.3.10.4 vor? Ja, es ist halt so. So heißt die, ist die Version auf einem Stand, dass sie nicht mehr eine Beta-Version ist? Die ist jetzt raus aus der Beta und das ist für Leute, die Software entwickeln, die sich mit Software auskennen, wirklich ein großer Schritt. Also es ist jetzt sozusagen eine finale Version. Das heißt noch nicht, dass vollautonomes Fahren jetzt schon voll funktioniert. Aber Tesla nennt das jetzt Full Self Driving Supervised. Also praktisch ein überwachtes, vollautonomes Fahren. Das wäre praktisch eigentlich vollautonomes Fahren laut Level 3. Weil Level 2 ist das, was wir alle so kennen. Das sind die Assistenzsysteme im Auto. Der Spur wird gehalten, Abstand wird gehalten. Der macht auch mal einen Spurwechsel, wenn man eben das ankündigt mit Blinker und so weiter. Aber Level 3 ist ja wirklich, dass das Auto fährt und ich das überwache. Und das wäre, also nicht nur wäre, das ist der aktuelle Stand in den USA. Und ich habe da schon ein Video drüber gemacht. Und es ist seitdem viel passiert. Also es sind eigentlich nur sechs Wochen oder acht Wochen. Aber da ist so viel passiert in der Entwicklung. Und das ist das Verrückte. Das Ganze läuft mit künstlicher Intelligenz. Und deswegen, da haben wir plötzlich Sprünge. Und das seht ihr auch in anderen Bereichen, wenn ihr euch ChatGBT und solche Geschichten anguckt. Oder Sora, wer das mitverfolgt. Der weiß, da gehen Sprünge innerhalb von Monaten, innerhalb von einem Jahr. Die hätte man nicht für möglich gehalten. Und genauso passiert es dort. Da gibt es jetzt Entwicklungen innerhalb von wenigen Wochen und Monaten. Die sind so groß, dass man da gar nicht mehr hinterherkommt. Das ist völliger Wahnsinn. Und viele Tester sind jetzt am Start. Das ist vielleicht auch eine gute Kritik aus meinem letzten Video. Von vielen war vielleicht, naja gut, aber du hast ja nur von einem einzigen YouTuber, der darüber berichtet, Ausschnitte gezeigt. Die waren zwar beeindruckend, aber es ist ja nur einer. Jetzt ist es aber so, dass Tesla diese Version an ganz viele Teslas rausgehauen hat. Ich gehe so, also man muss sagen, an alle Teslas in Nordamerika, also in den USA und in Kanada. Weil sie diese Version jetzt, die ja aus der Beta raus ist, für alle Tesla-Fahrer als kostenlose Testversion für diesen Monat im April, also da nehme ich das Video jetzt gerade auf, zur Verfügung stellen. Das heißt, das können jetzt wirklich alle testen. Und das ganze YouTube, also in den USA, ist voll mit Kanälen und mit Clips. Und wie gesagt, ich zeige euch jetzt ganz viele. Und die sind fast alle von unterschiedlichen Fahrern. Und das sind auch nicht irgendwelche Tesla-Verrückten, das sind ganz normale Tesla-Besitzer, die das einfach ausprobieren. Weil wie gesagt, kostenlos. Die kostet, glaube ich, in den USA eigentlich 12.000 Dollar. So, und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Da gehen wir jetzt mal rein. Hier seht ihr, das ist auch echt verrückt. Hier erst mal Abbiegung und jetzt auf die weitere Spur links, noch mal Spur links, noch mal Spur links und noch mal weiter nach links. Also er fährt fast diagonal, um eben auf der Spur ganz links zu landen, um hier eben abbiegen zu können. Ist auch ein Verhalten, das kennt man so eigentlich nicht von so, ich nenne es jetzt mal selbstfahrenden Autos. Ja, so Robotern, so nenne ich sie. So, hier ist auch krass. Hier ist gar keine Straße mehr, hier gibt es keine Linien, hier sind eben nur diese Pylonen. Und eine völlig, ja, es ist einfach Staub. Ja, es ist einfach Dreck. So, und der fährt da drüber, hält sich an die Pylonen und fährt hier Ast rein drüber. Das finde ich auch schon echt beeindruckend. Hier schaut mal ganz genau hin, rechts auf die rechte Seite, die Frau. Ja, so, und jetzt müssen wir nochmal, ich habe das jetzt nochmal langsam gemacht. Rechts die Frau in einem Auto, die, da denkt das Auto will rüber, die zeigt aber auf ihr eigenes Auto und sagt, nee, nee, ich will jetzt gleich in mein Auto gehen, ich will gar nicht über die Straße. Und das System erkennt das und fährt dann weiter. Das ist auch total verrückt. Hier hätte es eigentlich einen Unfall gegeben. Zack, die sind viel zu nah. So, und dann weicht tatsächlich das Fahrzeug, ich habe das jetzt auch nochmal hintereinander geschnitten, rechts ein bisschen auf den Gehweg auf. Also der Truck kommt entgegen, hätte vielleicht eigentlich anhalten sollen. Es ist zu wenig Platz. Die werden jetzt links ein bisschen aneinander gecrasht. Und was macht das System? Zack, es fährt einfach ein bisschen, naja, von der Straße runter, ein bisschen so auf diesen Gehweg hoch und wieder runter. Oder auf diese Erhöhung. Ist ja auch was Untypisches. Ja, und der Roboter, der hält auch an bei Hühnchen, bei Hühnern. Also sie sieht tatsächlich diese, das sind ja kleine Tiere, die da laufen. Auch ganz verrückt. Man sieht hier rechts, da, rechts im Busch, da ist nochmal so ein Huhn. Seht ihr das? Ich habe es erst gar nicht gesehen. Das kommt dann noch raus, weil das, ich denke, was steht das Auto noch? Müsste ja weiterfahren. Aber der wartet tatsächlich noch auf das letzte Hühnchen, damit es keine Chicken Nuggets heute gibt. So, dann hier auch richtig krass. Da fährt es, der Roboter fährt in die Parkgarage. Ich muss mir, ich sage jetzt Roboter. So, der Roboter fährt in die Parkgarage rein. Und so Garagen, naja, so Parkplätze, Parkhäuser. Das ist ja auch nicht das Einfachste. So, jetzt habe ich das gleich abgekürzt, weil der fährt dann jetzt im Prinzip geradeaus weiter, um die Kurve. Und sucht nach einem Parkplatz. Und das ist jetzt ein neues System, das Autoparksystem. Das zeigt praktisch freie Parkplätze direkt an. Man wählt sich dann selber einen aus. Es gibt auch noch viele andere Clips im Internet, die dieses neue Autopark zeigen. Und parkt jetzt hier ein. Ja, also das gibt wirklich viele Beispiele. Da sieht man ganz große Parkplatzsituationen. Die Software erkennt praktisch die ganzen Begrenzungen der Parkplätze. Also erkennt, wo sind Parkplätze, wo stehen Fahrzeuge, wo sind die Parkplätze frei. Und dann gibt es eben so ein neues Menü. Das taucht dann auf. Da kann ich dann praktisch aus dem Menü per, ja, tippen. Zum Beispiel auf dem Bildschirm. Oder der macht das hier sogar über das Lenkrad. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Kann man irgendwie auswählen, der oder den Parkplatz möchte ich haben. Wähle den aus. Und er parkt dann automatisch ein. Gut, ich meine Auto, automatisch zu einparken, ist jetzt wirklich nicht die Revolution. Aber ich finde das schon cool, wie das hier mit eingebunden ist. So, hier auch, der kommt aus dem Kreisverkehr raus. Hier rechts kommt ein Mann. Ich meine, eigentlich müsste das Auto jetzt nicht anhalten, weil der dürfte da eigentlich gar nicht drüber. Aber ist ja eine wichtige Geschichte, dass das Fahrzeug jetzt hier anhält, dass der Roboter entscheidet, Sicherheit der Menschen geht vor. Hält da an, lässt den rüber und dann geht es weiter. Und das ist zum Beispiel so eine Kreuzung aus der Hölle, nenne ich sie jetzt mal. Die habe ich auch hier bei mir um die Ecke. Das sind diese Kreuzungen, wo du von links die ganze Zeit Verkehr hast und von rechts die ganze Zeit Verkehr. Und du fragst dich eigentlich, wann kann ich jetzt mal rausziehen, um, ne, also der muss jetzt praktisch geradeaus einmal diese Straße kreuzen, um dann praktisch auf die andere Spur zu kommen. Und guckt euch das mal an. Und das ist jetzt richtig verrückt. Man sieht links unten übrigens, das finde ich ganz spannend, nochmal eine andere Kamera an sich. Da sieht man jetzt, wie der Tesla, da jetzt hier so auf diesem Mittelstreifen steht, zwischen den zwei Fahrbahnen im Prinzip, wartet da weiter, bis es soweit ist. Und das sind, finde ich, so Situationen, die sind sogar für jeden Menschen echt nicht so einfach. Da muss man immer eine Lücke finden. Ich kriege das oft mit, viele sind da unsicher, zu Recht. So, hier sieht man auch, hier ist das System sehr, sehr höflich. Es wartet jetzt einfach, weil es sieht, da will jemand rausfahren. Und wartet dann, fährt nicht bis ganz vor, lässt diesen Fahrer sozusagen hier auf die Straße mitfahren, biegt hier schön, sauber rechts mit ab. Also, und das ist das, was ich euch sagen kann, was viele gesagt haben, es fühlt sich menschlich an. Also, in Englisch sage ich, it feels human. Also, es fühlt sich nicht mehr wie so ein Roboter an. Hier auch, der fährt mitten in eine Sackgasse rein. Was muss er jetzt, jetzt muss er irgendwie wenden. So, das System, es muss natürlich das System in den richtigen Winkel finden, dass er auch so eine Wendung schafft. Muss er vielleicht nochmal zurücksetzen oder reicht das so? Ja, und jetzt war der Fahrer, ich habe den Ton ausgemacht, total enttäuscht. Da dachte er, ah Mist, das hat jetzt nicht ganz geklappt. Ja, jetzt bleibt der Roboter hier tatsächlich stehen. Aber, was das System gesehen hat, was wir nicht gesehen haben, da kommen zwei Menschen mit ihren Hunden. Und die kamen dann eben schon an, das System hat schon gewartet. Da von rechts läuft auch noch einer rein. Da läuft einfach so vor das Auto, das System wartet schön. So, jetzt seht ihr hier. Der steht jetzt nochmal hier rechts, wartet aber, es geht weiter. Also, das ist alles so butterweich. Und hier einfach mal ein U-Turn. Also, U-Turns sind jetzt auch nicht das Einfachste für solche Roboterfahrzeuge, Roboterautos. So, hier wartet, bis der Gegenverkehr vorbei ist. Macht, finde ich, einen A-St rein, butterweichen U-Turn und fährt weiter. Aber, das ist halt so, jetzt im Dunkeln. Ja, das sind ja auch so Sachen, ne? Dunkel, Regen und so weiter. Im Dunkeln auch eine Kreuzung. Ich habe hier ziemlich viel weggeschnitten, weil das Auto steht da schon eine ganze Weile. Ich wollte euch jetzt nicht zwei Minuten zeigen, wie ein Auto an der Kreuzung steht. Steht wirklich eine ganze Weile, wartet. Kommt da von links was, kommt da von rechts was. Biegen da welche ab. Also, auch wieder so eine schwierige Kreuzung. Jetzt auch noch im Dunkeln. Ist erst recht nochmal schwierig. Und dann jetzt wirklich abzuwarten. Das System fährt dann auch Stück für Stück so ein bisschen weiter nach vorne. Da bin ich zu weit, dass die Motorhaube da in die Straße ragt. Und zack, bumm. Das ist alles, was ich euch zeige. Fährt das Fahrzeug selbst. Fährt diese Full Self Driving Software. So, hier haben wir jetzt schon mal Regen. Ist auch schon mal gut. Also, es gab jetzt keine Extremwetter-Situation, aber ich habe viele Beispiele auch gesehen, wo es schon ordentlich normalen Regen gab eben. Mal gespannt, ob die Scheibenwischer, die automatischen, jetzt endlich mal funktionieren. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Das ist ja so ein kleiner Gag. Aber hier auch, wartet, wunderbar. So, und jetzt muss der eigentlich auf die ganz linke Spur, um dann vorne abbiegen zu können. Jetzt muss das Fahrzeug also so einen Spurwechsel schon mal machen. Schon einen zweiten Spurwechsel, auch butterweich. Und noch den letzten Spurwechsel, damit er jetzt, und ihr seht, da ist nicht viel Platz, jetzt auch schön hier links abbiegen kann. Und übrigens, die ganzen, viele von den Leuten haben das auch schon mit der vorigen Version, also 12 ist ja praktisch so diese revolutionäre, mit der Version 11 ausprobiert. Und da haben diese Beispiele meistens nicht gut funktioniert. Das finde ich, das ist ein bisschen vorgespult, nicht wundern. Das finde ich auch richtig krass. Sehr viel Verkehr, verschiedene Spuren, Regen, es ist viel los. Hier muss man sich gucken, ja, hier ist wenig Platz, gut, aber die Kamera kurz unscharf. Dann muss er hier wieder nach links rein, sich einfädeln. Also auch wieder so Situationen, ja, viel Verkehr, Einfädelei, man muss die anderen mal vorlassen. Und jetzt kommt der schwierigste Kreisverkehr, den ich jetzt gesehen habe, wie so ein Robotaxi mal durchgejagt wurde. Und hier schreibt auch der Fahrer, dass das mit der vorigen Version niemals geklappt hat. Und reflektiert euch mal selber, seid mal ganz ehrlich zu euch selbst. Würdet ihr diesen Kreisverkehr einfach so entspannt handeln? Ja, ich weiß, ich habe ja die besten Zuschauer der Welt und die schlauesten und tollsten. Ihr kriegt das natürlich alles hin. Aber jetzt mal ganz ehrlich, guckt euch das mal in Ruhe an. Hm, ich sage jetzt einfach mal kurz nichts. Da ist richtig was los. Hm, hm. Wie geht es da jetzt weiter? Ja, der muss ja links. Und jetzt, zack. Und guckt mal da vorne, da rennt ein Mensch auf der Straße rum und die schieben noch ein Auto. Okay, gut, muss er auch mit umgehen können. Er, er, Mr. Car. Wer Silicon Valley kennt. So, alles, alles gut geklappt. Ihr könnt euch das natürlich alle selber nochmal zurückspulen. Ihr könnt auch mal auf YouTube selber suchen nach FSD 12.3. Das wäre wichtig, das ist die aktuelle Version. Vielleicht, wenn ihr das Video anschaut, gibt es schon 12.3. irgendwas, 12.4. Es geht ja in einer Geschwindigkeit, das ist der Wahnsinn. Das waren jetzt, wie gesagt, nur ein paar Beispiele. Ich fand die aber sehr beeindruckend. Okay, jetzt können also die aktuellen Teslas in den USA, übrigens auch in Kanada, gibt es auch einige Beispiele, schon relativ gut, wenn man sie überwacht, selber fahren. Also gibt es auch ganze Videos, ganze Strecken, wo jemand eine Stunde lang von A nach B fährt, ohne irgendwo einzugreifen. So, was hat das jetzt dann aber mit einem Robo-Taxi zu tun? Ist das jetzt das Robo-Taxi? Nein. Das ist im Prinzip die Software, die übrigens in allen Teslas schon 2000, nicht die Software, aber alle Teslas ab 2019 haben praktisch, die also mit der Hardware 3 ausgestattet ist, schon die Fähigkeit, wenn man die Software aufspielt, das alles so zu machen. Also es ist jetzt nicht nur für Autos, die irgendwann noch kommen oder man braucht auch kein Robo-Taxi, sondern es macht schnipp, wenn die Software dann wirklich mal erscheint. Deutschland ist nochmal ein anderes Thema in Europa. Wir sind jetzt erstmal in den USA. China wird es wahrscheinlich auch früher, ganz sicher früher kommen als in Europa. Aber es macht dann schnipp, die Software wird aufgespielt und dann kann es im Prinzip losgehen. Da habe ich aber noch ein Lenkrad vor mir, da habe ich noch Pedale, da sitze ich natürlich dann noch im Sitz drin und so weiter und so fort und das System macht alles von alleine. Übrigens das Thema Sicherheit ist dabei ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, ich werde noch weitere Videos machen, jetzt alles in ein Video reinzupacken, macht gar keinen Sinn. Aber es geht natürlich darum, dass es sicherer ist als ein menschlicher Fahrer. Das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig. Und bevor das nicht gewährleistet ist und das auch mit Daten klar bewiesen ist von Tesla. Und Tesla muss zum Beispiel in den USA, damit dieser NHTSA, der Nizza zusammenarbeiten, diese Verkehrsbewachungsbehörde und muss dann beweisen, dass alles funktioniert, bevor das dann wirklich sozusagen dann richtig in vollem Umfang zugelassen wird. Und das Robotaxi, da können wir jetzt mal gemeinsam ein bisschen rumspinnen, da kann ich euch mal meine Ideen auftun. Das ist natürlich Spekulation, wird meiner Meinung nach aber ein Fahrzeug sein, das kein Lenkrad und kein Strom in dem Fall und Bremspedal mehr hat. Und da sagt man sich schon so, ey, es ist jetzt ja wirklich total wild und das fühlt sich auch nicht gut an. Ich weiß, es wird ja auch nur ein Ausblick auf die Zukunft, aber ich denke, das wird das, was Elon Musk und Tesla am 8. August in diesem Jahr 2024 präsentieren. Und ich denke, es wird ein Zweisitzerfahrzeug und ich denke, man sitzt da sehr gemütlich als Zweisitzer wie in so einer Lounge drin. Jeder hat einen Monitor vor sich, man kann da Filme anschauen, man kann da im besten Fall seinen Computer verbinden, man kann da drin arbeiten, Videokonferenzen machen. Alles machen, was man eben vielleicht so in einem Zug heute machen kann, nur eben komfortabel. Aber und ich kann selber freiheitlich entscheiden, wann ich wann wohin fahren will. Und das, denke ich, könnte das Robotaxi sein. Ja, bestimmt, ging ja die News überall rum, gehört, Tesla macht jetzt nicht das Model 2, also das günstige 25.000 Dollar, wahrscheinlich 25.000 bis 30.000 Euro Auto, sondern das ist jetzt sozusagen abgekündigt, das machen sie nicht mehr. Das ist aber nicht richtig, da hat Elon Musk schon gesagt, das ist falsch. Fakt ist, laut allen Informationen, das kann man schon so sagen, dass es eine neue Plattform geben wird, die Next Generation Plattform, Next Generation Vehicle. Und diese Plattform, auf dieser Plattform basieren zwei Fahrzeuge, praktisch das Model 2, das habe ich auch in einem Video schon mal ausführlich besprochen, schaut da unbedingt rein. Das wird noch das Fahrzeug sein, das eben ein Lenkrad hat und Strom und Bremspedal. Wieso? Weil es natürlich ganz viele Märkte gibt, die eben das noch nicht freigegeben haben. Es gibt vielleicht auch ganz viele Menschen, die erstmal das gar nicht alles wollen, da sind viele auch bestimmt von euch dabei, die sagen, ah, das ist mir alles zu gruselig, das will ich mir erstmal noch anschauen. Sprich, man will natürlich noch ein Fahrzeug haben, das günstig ist, ein Elektroauto, aber man selber steuern kann. Aber es wird eben auf dieser Plattform auch dieses Robotaxi geben, praktisch eine zweite Variante auf dieser Plattform. Und Tesla ist da sehr flexibel und kann sagen, machen wir mehr Autos auf der Plattform, mehr Autos, also mehr Autos und Robotaxi auf der gleichen Plattform, mehr Model 2. Je nachdem sozusagen, wie sich auch die Software entwickelt, je nachdem, wie das angenommen wird für den Menschen, je nachdem, wie die einzelnen Märkte, Länder, das dann eben entsprechend freigeben auch, können sie natürlich dann relativ dynamisch dann sagen, okay, jetzt machen wir mehr Robotaxis als Model 2. Also das wird man alles noch sehen und jetzt stellen wir uns mal alle vor, auch wenn das jetzt für viele erstmal schwierig vorstellbar ist, das verstehe ich natürlich, ich beschäftige mich damit schon so seit ewig langer Zeit, das würde jetzt genauso eintreten. Also Tesla schafft das jetzt, bringt die Software so weit, dass das eben komplett selbst fährt. So und dann haben wir dieses Robotaxi, was bedeutet es dann eigentlich dann für die Zukunft? Also man braucht keinen Führerschein mehr, man braucht kein eigenes Auto mehr, weil man ruft sich ja einfach nur ein Robotaxi, muss ich ja nicht besitzen, kann ja jemand anders besitzen und ich rufe mir das dann, ja. Also wie ein Taxi, deswegen heißt es ja Robotaxi. Es ist extrem günstig, weil das natürlich die ganze Zeit genutzt werden kann. Also ihr müsst wissen, ein Auto steht, also man sagt, ich habe eine Statistik gelesen, ein Auto wird eine Stunde von den 24 Stunden am Tag überhaupt genutzt, im Durchschnitt von jedem Autofahrer. Also es ist eher ein Stehzeug als ein Fahrzeug, es steht eigentlich die ganze Zeit rum, aber so ein Robotaxi, das kann ja die ganze Zeit rumfahren. Also auch wenn ich es besitze, kann es ja trotzdem rumfahren und andere Menschen von A nach B fahren, wenn ich das so möchte und für mich Geld verdienen. So und dann wird es ja viel mehr bewegt, es ist praktisch ein Fahrzeug, das nicht nur rumsteht und ab und zu mal benutzt wird, sondern die ganze Zeit benutzt wird und ab und zu mal rumsteht. Und das ist natürlich dann, dadurch wird natürlich die ganze Kostenrechnung über die Jahre viel, viel interessanter. Es wird viel, viel günstiger von A nach B zu fahren und alle Experten in dem Bereich sind sich eigentlich sicher, dass es dann deutlich günstiger wird als ein Taxi, viel, viel günstiger und wahrscheinlich sogar über einige Jahre günstiger als sogar mit dem ÖPNV. So und es wird eben deutlich sicherer als ein menschlicher Fahrer. Das heißt also kein Führerschein, kein eigenes Auto, extrem günstig, sicherer als menschlicher Fahrer, aber das sind schon ganz schön viele gute Punkte. Und was mir und auch vielen anderen am Herzen liegt, ist natürlich auch eine Mobilitätswende. Die Städte sind voll. Wir brauchen natürlich eigentlich, wenn man es mal so ausrechnet, wahrscheinlich nur noch ein Fünftel oder ein Viertel so viele Fahrzeuge, weil ja durch die hohe Auslastung viel weniger Fahrzeuge nötig sind, um trotzdem die gleichen Fahrten zu bewältigen. Das heißt dann am Ende weniger Parkplätze, mehr Platz in den Städten für Menschen, fürs Leben, für Radfahrer, für Geschäfte. Ihr könnt euch das in eurer Fantasie weiterspinnen. Und was ich persönlich eigentlich so das Ultimativste daran finde, also für mich persönlich jetzt, jeder hat ja wahrscheinlich seinen Aspekt, den er daran interessant findet oder auch nicht so gut. Ihr könnt ja in den Kommentaren, können wir uns ja darüber unterhalten. Ich finde, das ist die perfekte Symbiose aus Bahn und Auto. Also praktisch der Komfort wie in der Bahn, aber die Freiheit wie im Auto. Das finde ich einfach total genial. Und das ist tatsächlich die Vision, und da bin ich mir ziemlich sicher, die Elon Musk und Tesla am 8. August präsentieren wird. Und nicht so Spinnereien wie, das kommt dann irgendwann in 10 Jahren, sondern das kommt früher, als wir alle denken, da natürlich jetzt irgendeine Vorhersage zu machen. Meine Vorhersage ist ganz klar, es wird in diesem, spätestens im nächsten Jahr passieren, dass in vielen Städten und sogar Staaten in den USA, also zumindest Teslas, noch nicht das Robotaxi, Teslas mit dieser Robotaxi-Software komplett rumfahren werden. Kann ja mal, lehne ich mich weiter aus dem Fenster, aber ich bin mir da, ich habe da, ich fühle mich da gut dabei. So, jetzt kommen wir mal zum Preis. Was soll denn das jetzt kosten? Ja, also interessant ist, wird das überhaupt noch verkauft, das Robotaxi, oder betreibt Tesla das eigentlich selber als Flotte, was viel lukrativer wäre für Tesla? Tesla würde das gerne machen, das Robotaxi als Flotte selbst zu betreiben, die gar nicht mehr zu verkaufen. Und Tesla hat auch immer klar angekündigt, wir werden irgendwann die Autos nicht mehr verkaufen, weil das natürlich viel mehr Gewinn einbringt, wenn die die ganze Zeit rumfahren und Geld einspielen die ganze Zeit. Aber aktuell ist es ein zu großes Investment. Das heißt, man kann dieses Robotaxi, da denke ich, man kann das kaufen und kann es dann einfach für sich selber nutzen. Und wenn man selber nicht nutzen will, steht einem das frei, dass man das praktisch freigibt in die Tesla-Flotte, die Robotaxi-Flotte. Und dann verdient das Fahrzeug Geld, während ich es nicht nutze, weil dann andere damit rumfahren. Und da hat man das eben, ein so ein Robotaxi, vielleicht auch zwei, und während man sie nicht benutzt, nutzt jemand anders. Manche gibt es bestimmt, die bauen sich selber ganz viele Flotten auf, die dann rumfahren. Und dann kommen wir zum Preis. Ich denke, das wird so um die 30.000 Euro rumkosten. Aber 50% dieser Einnahmen des Robotaxis gehen dann auch noch an Tesla. Also Tesla wird damit, glaube ich, ganz gutes Geld verdienen. So, ja, ich denke, das wird so ein 70-30-Aufteilung oder 50-50. Aber Tesla wird an jeder Fahrt mit dem Robotaxi dann mitverdienen. Aber man selber verdient ja auch was. Ich gehe davon aus, dass man innerhalb einem gewissen Zeitraum, das muss man nochmal alles schauen, das werde ich auch nochmal ausrechnen, wenn es dann auf dem Markt ist. Ich denke, so in fünf Jahren hat man wahrscheinlich den Preis, wenn man in einer großen Stadt wie hier in Berlin lebt, uns als Robotaxi freigibt, den Preis des ganzen Fahrzeugs wieder drin. Ich weiß, das klingt alles ganz schön verrückt. Und deswegen habe ich ja auch das Video so gewählt. Ich habe mir da einige Gedanken dazu gemacht. Ich finde, das ist wirklich eine Revolution. Das ist das Größte, was in der Mobilität bevorsteht. Und ich wiederhole es nochmal. Es gilt dann für alle Teslas, wenn die Software draußen ist, ab Autopilot 3 Hardware, also seit 2019. Das kommt dann per Over-the-Air-Update. Drahtlos auf die Autos ausgespielt, muss man natürlich dann bezahlen. In den USA gibt es auch noch ein Abo-Modell. Das wäre ja auch interessant, dass man sich das abonnieren kann auf Monatsbasis. Mal hat man es, mal hat man es nicht. Man kann es mal ausprobieren. Und ist es jetzt nur Tesla? Nein. Und das ist auch ganz wichtig, weil das ist eine Vision, die ist so groß, die soll dann natürlich nicht nur in Tesla-Fahrzeugen funktionieren. Tesla und Elon Musk haben immer klar angekündigt, das soll für alle Hersteller als Lizenz zur Verfügung stehen. Und ich denke, und das wäre auch eine Vermutung von mir, dass wir noch in diesem Jahr, spätestens im nächsten Jahr auch, noch eine Ankündigung hören werden, dass ein großer Automobilhersteller sich dieses System und die Software von Tesla lizenziert und praktisch dann weggeht von diesem LiDAR-System und eben so Karten, die in hoher höchste Auflösung abgefahren werden. Das ist hochkompliziert, wie das die anderen probieren. Das ist alles sehr kompliziert da in diesem Bereich. Und dann auf dieses Kamerasystem mit dem Computer setzt, was viel, viel günstiger ist, wenn das eben funktioniert. Aber ich finde, anhand der Beispiele, die ich heute gezeigt habe, sieht man doch schon, dass das offensichtlich nicht der komplett falsche Weg sein kann mit den Kameras, sogar bei Regen etc. pp. Aber vielleicht bin ich da ja auch völlig verblendet und diese ganzen Menschen, die das alles gerade ausprobieren, völlig begeistert sind, sind alle bezahlt von Tesla. Naja, ich finde das. Inzwischen ist es absurd, wenn man da kritisieren will. Aber ich bleibe da weiter dran und es ist natürlich auch gut, dass wir darüber reden. Und ich will zum Beispiel noch ein weiteres Video auf dem Kanal bringen, wie sieht es eigentlich in Europa aus, weil wir reden natürlich hier gerade über USA und Kanada. Wie sieht es denn jetzt in Europa aus? Wie sind denn unsere Regeln? Können wir sowas überhaupt in naher Zukunft hier erwarten oder werden uns hier durch gewisse Regularien Steine in den Weg gelegt? Das kann ich euch aktuell noch nicht ganz beantworten. Ich weiß nur bisher aus, von hier und da ein bisschen hören sagen, dass das wohl gar nicht so toll ist bei uns hier in Europa. Deswegen sieht die Situation gerade nicht so toll aus. Aber das ist nochmal, wie gesagt, ich will nicht alles vorwegnehmen, das alles in ein Video zu packen. Ich habe schon viel zu viel geredet. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr weitere spannende Videos in dieser Serie nicht. Und schreibt mir doch bitte auch mal unterhalb des Videos, habt ihr Lust auf diese Zukunft? So wie ich? Oder, das ist natürlich wichtig, seid ihr skeptisch? Sagt ihr, ich weiß es nicht. Ich habe vielleicht auch ein bisschen Angst davor. Dann schreibt doch mal in den Kommentaren, wie eure Meinung dazu ist. Würde mich total freuen. Das ist ein absolut Leidenschaftsthema von mir. Deswegen gibt es da noch einige Videos in Zukunft auf dem Kanal. Und jetzt lasse ich euch mit diesen vielen Gedanken, die ich euch gerade in die Köpfe gepflanzt habe, alleine. Aber ihr seid nicht allein. Ich bin bei euch. Bis bald.